Brightspace ermöglicht es Ihnen, das Wissen Ihrer Lernenden differenziert zu überprüfen und zu bewerten. Ihnen stehen Tests, Übungen in Form individueller Einsendeaufgaben oder auch benotete Diskussionen und videobasierte Prüfungen zur Verfügung. Tests sind einfach zu erstellen. Sie können zwischen verschiedenen Fragentypen wählen und eine integrierte Vorschau zeigt Ihnen, wie der Test später aussehen wird. Erweiterte Funktionen ermöglichen das Einbinden von Videos oder komplexen Formeln. Auch Lösungstipps und vorgegebene Feedbacks sind möglich. Die Korrektur und individuelle Bewertung von Übungen wird Ihnen so einfach wie möglich gemacht, egal ob am Schreibtisch oder unterwegs auf dem Tablet. Sobald die Noten eingetragen sind, können Sie sehen, wer nicht mithält und gegebenenfalls einen genaueren Blick auf das Lernverhalten werfen. Brightspace bietet vielseitige Möglichkeiten, mit denen Ihre Lernenden zeigen können, was sie gelernt haben.